Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Daily Lena. Heute ist Tag 11 in London schon. Ich kann es gar nicht glauben, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich bin hier in King's Cross und ich gehe jetzt in den Harry Potter Shop und kaufe mir ein paar Souffiniere ein. Ich suche jetzt gerade die richtige Plattform, 9,75, aber was soll's. Ich gehe jetzt shoppen mit dem Harry Potter Shop. So, jetzt war ich schön shoppen. Hier habe ich ein paar Sachen gekauft und später zeige ich euch, was ich gekauft habe. Ach und übrigens, Djokovic hat gewonnen gegen Nadal und jetzt bin ich happy und glücklich und stolz auf ihn natürlich. Jetzt gehe ich nochmal in den YouTube-Laden und kaufe eine schöne Tasche von YouTube. So, ich habe jetzt etwas Schönes gekauft und wie immer zeige ich euch später, was ich gekauft habe. Und ja, bis dorthin schaue ich mir jetzt weiter schöne Orte an und werde euch alles zeigen und erzählen. So, eben habe ich Tickets gekauft für meine weitere Reise nach Schottland. Ich freue mich total auf Schottland und bin gespannt, wie es dort sein wird. Ich wollte da schon immer hin und endlich kann ich dorthin. Ich bin schon traurig, dass ich weg von London muss, aber ich bin sehr glücklich und freue mich total, Schottland richtig kennenzulernen. Nicht nur aus dem Internet oder so, sondern richtig live da zu sein. Wart ihr auch schon mal in Schottland? Schreibt es nie in die Kommis. Ich fahre unterwegs und gehe jetzt gleich einkaufen und dann habe ich diese schöne Stelle hier entdeckt. Schaut mal, wie cool das aussieht. Guckt mal, wie das aussieht. Hier ist ein voll neues Gebäude und neben Trane für eine alte Kirsche. Sieht echt cool aus. Findet ihr es auch? Ich bin hier jetzt in einem Geschäft drin, beziehungsweise in einem Tesco und hier gibt es ganz andere Süßigkeiten als in Deutschland. Wie zum Beispiel hier Oreo. Da ist ja immer, also das sind die normalen, aber hier ist Schoko drin. Also es ist ganz anders und sowas gibt es gar nicht in Deutschland. Und ich würde euch fragen, soll ich mal ein Spezialvideo machen über englische Süßigkeiten? Schreibt es mir bitte in die Kommis. Und hier gibt es so leckere Süßigkeiten. Und ganz viele Kekse und so weiter. Wie versprochen, zeige ich euch mal, dass wir hier in der Nähe sind. Das ist jetzt, was ich heute alles gekauft habe. So, also hier habe ich eine Tasche von YouTube. Und hier eine von Harry Potter. Ich zeige es dir erst von YouTube. Also hier habe ich eine wunderschöne Rose gekauft. Und hier habe ich so einen Hirnbeutel. Und hier von Harry Potter. Da habe ich ganz viele Sachen. Hier so eine kleine Eule. Dann hier noch eine etwas größere Eule. Dann hier noch eine etwas größere Eule. Ja, dann habe ich das hier. So eine Karte. Hier habe ich dann ein Stift, der so aussieht wie Hermines Zauberstab. Den gibt es auch von Harry Potter und so weiter. Aber den habe ich jetzt von Hermine genommen. Und dann habe ich noch hier noch Stifte von den ganzen Schulen. Das Brot ist grüffender. Grün ist grün. Aber die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Und ja, das war die Gummi, sind die. Und es sieht echt schön aus. Ja, und das war es. Was ich gekauft habe. Und ja. Habt ihr euch was gefallen? Und habt ihr auch solche Sachen? Schreibt es mir in die Kommentare. So Leute, das war es. Leider schon wieder von heute. Heute hatte ich einen sehr schönen Tag. Ich freue mich schon auf morgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Schaltet noch die Glocke ein. Bis zum nächsten Mal. Eure Lena.